Elfjährige droht ihren Eltern, die eigenen Fische zu kochen, wenn sie das Tablet nicht bekommt. Okay Mama, ich krieg jetzt das Tablet oder die Fische werden gekocht. Ist dir eigentlich bewusst, dass sie sich selber einen Stromschlag verpasst, wenn sie das tut? Aber was will sie eigentlich mit dem Tablet? Sofort. Jorginia, bitte. Fischt auf dem Tablet einfach nur blöd hin und her auf dem Homescreen. Und jetzt wechseln wir zu einer dramatischen Szene mit einem verletzten Mädchen. Mein Bein, das tut so weh, mein Bein. Mein Bein, mein Bein, mein Bein. Das tut dir jetzt genau weh, ich hab's nicht verstanden. Mein Bein, mein Bein. Ach so, ihr Bein. Mein Bein. Was ist das? Mein Bein. Was ist das? Mein Bein. Junge, ich kann das alles nicht mehr. Bitte lasst ein Abo.